Mann ey, wer macht denn immer diesen Dreck hier? Äh, hallo Leute und herzlich willkommen zur brandneuen Let's Play Serie zum Bus & Cable Car Simulator aus San Francisco von TML Studios, welcher jetzt am Mittwoch, also gestern, erschienen ist. Und ich hab mir gedacht, schnappst du dir das Schmuckstück, welches am Anfang echt verbuggt war, beziehungsweise teilweise sogar noch ist, aber dazu komme ich später und zeige euch einfach mal die Metropole. Zunächst befinden wir uns, da ich schon ein Ründchen gespielt hab in unserer Wohnung, ähm, es gibt mehrere Wohnungen und hier fängt das ganze Spektakel an, wow, ein Lichtschalter, hier ist das Badezimmer, sehr, ähm, ja, rustikal würde ich noch alles, äh, glatt mal sagen, hier die Küche. Wir sind halt noch recht arm und wir brauchen das Geld, deswegen werden wir doch einfach Bus haben, oh, ich lauf gerade über meinen Tisch, Entschuldigung, und was haben wir denn da? Tortilla Chipsen, hm, jetzt machen wir noch Licht aus, sonst wird die Stromrechnung zu hoch und begeben wir uns direkt auf die Straße. Kurz zum Spiel, also warum ich meine, dass es verbuggt ist, teilweise hab ich mir echt ein bisschen mehr erhofft, und, ähm, zum Beispiel fallen die KI-Busse vom Himmel und auf einmal bremst vor einem knallhart ein KI-Mitfahrer und, 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 also, ich kann's immer wieder sagen, ich hab mir ein bisschen mehr erhofft und auf den Straßen ist auch viel zu wenig los, finde ich, für San Francisco, ich hab den KI-Verkehr, kann ich mal gerne zeigen, schon auf ganz hoch gestellt, ich hab auch einen ganz guten Rechner, deswegen, hu, jetzt hängt meine Maus gerade so, äh, hier könnt ihr das alles sehen, alles sehr schön hoch gestellt, aber irgendwie will es nicht, und es kommt nichts, und hier und da, und die Grafik ist, naja, sieht gut aus, aber, es sah auf Videos, also in Videos, ein bisschen besser aus, da kommt auch schon der erste Bus um die Kurve, ist das ein Gelenkbus? Nein, und dann kommt man auch direkt zu dem, was ich meine, mit verbuggt, aber das sieht man jetzt hier nicht, lustig wird es, wenn ein Gelenkbus um die Kurve fährt, ich hoffe, das werden wir jetzt in unserer Spiel-Session sehen, immer wieder das gleiche Wort, ja, ähm, zum Beginn haben wir natürlich einen PKW, wir sind halt ein bisschen knapp bei Kasse und müssen uns die Busse auch selber kaufen, beziehungsweise erspielen, und, ähm, ja, da gibt's so ein Premium-System, aber, ähm, das dauert sehr ewig, bis man die ganzen Sachen freigeschaltet hat, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht grundsätzlich einen freien Fahrtmodus gibt, aber gut, wir gucken uns mal ein bisschen hier in unserer Karre um, und, ey, überall Dreck, da liegt noch der Becher, Koffein-Junkie, äh, passt der, ja, dann schmeißen wir unseren Wagen auch schon an, damit ihr auch ein bisschen, äh, Eindruck davon habt, oben, äh, links wird uns jetzt angezeigt, wie viel Gas, also Benzin wir noch im Wagen haben, und, äh, welchen Gang, jetzt haben wir den Drive-Gang, und die Parkbringsel lösen wir, dann geht's auch schon los, ich will jetzt noch keinen Bus fahren, ich will erst mal ein bisschen von der Stadt zeigen, und im nächsten Part, äh, zeige ich dann euch selbstverständlich auch die Fahrzeuge, also wir werden jetzt schon einige Fahrzeuge hier sehen, aber jetzt geht's mir erst mal in erster Linie darum, dass ihr mal ein bisschen die Stadt kennenlernt. Das Lustige ist, bevor jetzt vorhin ein Patch erschienen ist, ist das Spiel bei 99% der Fans der Zocker abgestürzt, und, äh, das fand ich wirklich ein bisschen ärgerlich, weil ich hab mich da wirklich schon drauf gefreut, und hab gedacht, ach, endlich mal wieder ein neuer Simulator, der es auch wirklich mit der Konkurrenz aufnehmen kann, aber, es hat nicht sein wollen, und ich hoffe einfach, dass die Jungs von TML Studios einfach ein besseres, also ein gutes Update rausbringen, ein umfangreiches Update nach dem Hotfix, äh, dass das Spiel einfach ein bisschen besser aussieht, äh, die ganzen Fehler verschwinden, dass man gegebenenfalls auch direkt einen freien Fahrtmodus hat, und keine Ahnung, was da alles kommt, und, auf jeden Fall, ja, es sind halt viele Sachen, die hätte man besser machen können. Oh, wir dürfen fahren, darum kommt auch schon ein Gelenkbus, und der kommt auch gut um die Kurve, sieht ein bisschen eigenartig aus, aber, er kommt. Wir können auch mit den ganzen, ups, jetzt hab ich nicht aufgepasst, wir können auch mit den ganzen KI-Bussen und Straßenbahnen und Cablecars mitfahren, und auch selber natürlich fahren, aber das Problem ist, dass wir, wie ich schon gesagt hab, uns die kaufen müssen. Und dafür brauchen wir Knete, und müssen daher auch arbeiten. Da kommt auch schon ein Cablecar. Ich kann dem glatt mal hinterherfahren, um einfach mal einzusteigen, aber, bing! Kann man, ich weiß gar nicht, wie das jetzt abläuft, kann ich einfach mal einen Wagen hier parken? Machen wir das mal. Parken wir das Auto einfach mal hier. Cablecar-Museum entdeckt, sehr schön. Parken wir doch, treten mal hier und gucken. Werfen wir einen Blick in das Museum. So, da befinden wir uns, achso, ich zeig euch natürlich noch gerne die Map, wir können auch schnell reisen, aber jetzt möchte ich euch noch gerne mal die Map zeigen. Wir befinden uns hier. Hier ist diese große Messehalle. Dort könnt ihr neue Busse, Straßenbahnen oder Doppeldeckerbusse kaufen, oder Doppeldecker Bus eher gesagt. Ja, es gibt halt viel zu sehen. Ich glaube, wenn man hier, oder ich kann es gerade nicht so genau einschätzen, da ich nicht so der San Francisco-Fan bin eigentlich, wo wir jetzt lang müssen, wenn wir zur Golden Gate Bridge wollen. Aber, naja, wir probieren es jetzt einfach mal, oder? So, Motor aus, Bremse ist drin, Gang raus, aussteigen. Lassen wir hier stehen den Wagen. Können wir hier reingehen? Ach, das ist ja sehr cool gemacht. California halt. Aber ich sehe jetzt kein Cablecar hier. Aber die, ähm, ach, ich verstehe. Die großen Schrauben sorgen dafür, dass die Cablecars überhaupt fahren können, denn die werden an einem, wie der Name schon sagt, Kabel, Cable halt gezogen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn jetzt noch, aber das ist keine so gute Idee, weil es kann sein, dass wir zu umgebrettert werden. Ja, ne, gut, gar nicht. Aber wie steigen wir denn jetzt ein? Bleib stehen, Uppan! Oh, okay, jetzt lagen wir gerade unterm Zug. Ah, was ist jetzt los? Hallo? Kann man, kann man denn springen? Ne, ich bin, ich stecke im Boden drin. Okay, Leute, das war eigentlich nicht so geplant hier, was ich hier gerade versuche. Was ist das denn jetzt? Sehr lustig. Kann man jetzt mir mal erklären? Okay, ich stehe gerade unter dem Cablecar. Ja, also das macht jetzt den ganzen Sinn und zwängt meines Let's Plays eigentlich schon kaputt, weil es sieht jetzt so aus, als ob ich mich über das Spiel lustig machen möchte. Aber ich kann nichts machen. Komme ich da hinten vielleicht wieder hoch? Ja, Leute, ich, äh, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur in die Straßenbahn, in das Cablecar. Ah! Das darf doch nicht wahr sein jetzt gerade. Ich bin tatsächlich im Boden abgesoffen. Kann man das sehen? Ach! Ach, da hinten können wir vielleicht hoch. Ja, also so sieht San Francisco von unten aus, falls es wen interessiert. Sehr schade, dass es solche Bugs gibt. Also da muss ich echt sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskomme. Kann man, ich gucke mal schnell in den Optionen nach, ob wir nicht einfach mal springen können. Steuerung, sollte ich nachgucken. Also ich sehe nichts von springen. Das ist jetzt natürlich super. Wie stecken wir im Boden drin, oder wie? Ach. Ja, was soll ich jetzt machen? Kommen wir jetzt hier raus? Kann ich nicht einfach auf... Zurück zum Spiel... Ja, ich kann auch kein Spiel laden. Deswegen ist es eigentlich super ätzend jetzt gerade, was mich auch gerade ein bisschen... Kann ich denn... Ich drücke einfach mal ein paar Tasten. Kaffee? Ne, ich will keinen Kaffee. Ich will hier raus. Jetzt habe ich ein Licht angemacht, das wollte ich gar nicht. Da ist die Karte. Ach, ich habe eine Idee. Ne, es klappt auch nicht. Doch, wir gehen jetzt einfach mal zum Auto, und dann ruge ich mal C. Vielleicht kann ich einfach mich da reinsetzen. Was ist das denn hier? Wo ist denn das Auto? Über mir. Über mich. Ach, komm. Ne, das geht auch nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt null Ahnung, was ich hier tun soll. Ja. Also ich habe jetzt gedacht, dass wir wenigstens... ... ... ... ... ... ... Dann hat das Let's Play eine lustige Wendung genommen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also da muss ich echt sagen, das ist wirklich katastrophal hier gerade. Äh, ich komme hier nicht raus. Kann ich dann da unten durchs Museum vielleicht... ... ... versuchen wir es hier nochmal. Ja, hier sind... ... ... sind die Kabel. Das habe ich auch mal von unten gesehen. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung hier. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich einfach. So was darf heute nicht mehr sein. Ich komme ja auch nirgendwo hoch. Ja, was machen wir da jetzt? Rewards. Zurück zum Spiel. Beenden möchte ich natürlich nicht, aber ich glaube einfach, dass mir nichts anderes übrig bleibt. Nee, vielleicht. Ja. Warum kann der Typ denn nicht springen? Kann man nicht die Figur einfach... Ach! Ja. Schön. Blöd. Blöd alles. Ich wollte nur mit dem Cablecar fahren, dann bin ich im Boden abgesoffen. Das darf doch nicht sein. Hier, von der Straße entferne ich mich jetzt, aber da kann ich euch sagen. Ich muss mich immer noch zum Aufregen hier doch. So, wollen wir es nochmal versuchen? Ich lasse die Karre jetzt einfach mal hier stehen und versuche jetzt in die Straßenbahn zu steigen. Guten Tag. Kann... wie komme ich denn da rein? Gar nicht. Doch, jetzt bin ich nicht drin. Ich bin drin. Hallo. Ich bin drin, Leute. Guten Tag. Ding, ding. Jetzt habe ich zwar meinen Pkw da einfach stehen lassen, aber ich sitze in der Straßenbahn und mir erzählt einfach nicht. Vielleicht fährt die Gute uns hier einfach zu einem guten, sicheren Ort. Hm. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier in der Nähe wäre. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er jetzt losfährt. Ich kann auch keine Ampel hier. Ach, jetzt. Ah, guten Tag. Kann man die Fahrausweise bitte? Lustig wäre, wenn mir jemand mal sagen würde, ob er schon mal in San Francisco war und ob das hier wirklich alles so trostlos daherkommt. Also ich muss sagen, es gibt auch Ecken, die gefallen mir natürlich hier. Aber... Guck mal, würden Sie mal ein bisschen schneller machen? Wir haben ja doch keine Zeit hier. Wo läuft sie denn jetzt hin? Ja. Guten Tag. Guten Tag, junge Frau. Steigen Sie ein. Och, jetzt kommt noch der Businessman. Och, jetzt kommen sie alle eins nach dem anderen. Okay, Leute. Wir sind... Übermorgen stehen wir immer noch an diesem Fleck. Ich komme ja für mich weg. Erst bin ich im Boden versunken und dann... Ach, jetzt hat er aber... Jetzt hat er doch geklingelt. Wie viele stehen denn da noch? Einer. Oh, da können wir mit leben. Ich möchte ja eigentlich nicht so viel über das Spiel meckern, aber gerade bin ich ein bisschen angenervt, weil das... dass ich im Boden abgesoffen bin, hat eigentlich meine ganze Planung zu brauchen und dass die hier ein bisschen so lange brauchen. Guten Tag. Ja, jetzt können wir aber mal losfahren. Och, hey. Wir spielen übrigens mit dem Namenlosen. Kein Name. Aber der ist zu gut an. Mit dem San Francisco-Kulover. Immer mehr. Bleiben wir schon wieder stehen? Nee. Da verlassen wir... Verlassen wir... Ah, nee, komm. Sollen wir doch lieber im Wimmelbändchen drin bleiben? Ich bin am überlegen, ob wir nicht ein Gelenkbus... Nee, wir fahren noch eine Station. Eine Station ist noch drin. Warum kommt jetzt Sound, dass wir fahren, obwohl wir gar nicht fahren? So, simulationstechnisch muss ich sagen, finde ich den OMSI-Intakten besser. Wenn man das so sagen darf hier, fällt ein anderes KWK, wo es steht. Also grafisch ist es eigentlich gut, aber es müsste einfach mehr auf den Straßen los sein und die KI müsste auch deutlich auf dem Müll werden, und dann wäre es eigentlich ganz okay. Da könnte man gar nicht meckern. Ja, dann steigen wir mal hier gleich aus. Wenn das Bahnchen noch weiterfährt und gucken mal. Hier ist eine Haltestelle, jetzt brauchen wir natürlich noch den passenden Bus dazu. Wir können schon zur Ampel dahinten gucken, aber obwohl da gar keine Straße ist. Und das Lustige ist, ich habe in den Grafikeinstellungen auf ganz hoch gestellt, sogar bei meiner Grafikkarte selber alles auf ganz hoch. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass das jetzt hier das Maximum an allem ist, was uns das Spiel zu bieten hat. Und ich merke gerade, wir stehen hier noch auf der Straße und ich versuche noch, da reinzukommen, weil hier kommt kein Bus. Und nein, oder doch, oh, jetzt sollte ich lieber hier weggehen. Ach, Leute, ich kriege noch ein Herzinfarkt. Ich bin schneller als das Cable-Card. Das kann übrigens 50 Stundenkilometer fahren und das mag ja schon was aus. Jetzt, ah, nein. Sollte man nicht in echt nachmachen. Alles, was ihr hier seht, ist nicht realistisch. Bitte nicht nachmachen. Hier ist auch noch eine Bus. Ach, jetzt ist dafür hier rausgehüpft. Kommt denn hier ein Bus? Es kommt kein Bus nach nirgendswo. Na gut, dann, ich höre was. Sehe ich auch was? Ich höre, aber sehe nichts. Ne, dann laufen wir an der Straßenbahn. Warum sage ich immer Straßenbahn? Im Cable-Card-Air. Es gibt ja nämlich auch noch Straßenbahn extra. Ich will eigentlich da rein, aber ich glaube, zu früh sind wir schneller. Deswegen glaube ich einfach mal hier hoch und suche fleißig einen Bus. Bus, Bus. Gehen wir mal hier weiter. Können wir mal auf der Karte gerade gucken, wo wir uns befinden. Irgendwo in San Francisco. Reimt sich sogar. Übrigens gibt es die Fanseite sf-sim, also sanfranciscosimulator.de sf-sim.de In der Beschreibung dieses Videos findet ihr auch den Link und dort könnt ihr auch dieses Video schön kommentieren, weil da gibt es nämlich zahlreiche Infos, Gameplays und eigentlich ist dieses Video auch offiziell für die Fanseite gemacht. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn ihr dort kommentieren würdet, natürlich auch auf YouTube, wie ihr wollt, aber ja, oder einfach euch im Forum anmeldet oder hier oder da, wie ihr wollt halt und ich sehe einfach zum Verrecken keinen Bus. Ach, da, sogar ein Gelenkbus. Nein! Jetzt brauchen wir nur noch eine Bushaltestelle, weil wir wollen wieder reinkommen. Vielleicht, vielleicht, ich habe einen Plan. Hält, wo hält der denn? Ne, der hält dann nicht. Hält der denn hier vielleicht? Cablecar, Stop, Pole, wohin? Nein, ich brauche nur eine Bushaltestelle, Stop, und jetzt gucke ich mal, ob der gute Bus, oh, ich gehe mal lieber hier weg. Ah! Hallo? Wo ist der? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus, ey? Bus ist weg. Tiefes Ein- und Ausatmen. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob das hier so Sinn macht. Ob ich jetzt noch ein bisschen von San Francisco zeigen soll, weil es, man kann ja eigentlich nicht zeigen, da immer alles verschwindet. Oder man den Boden absorgt. Aber ich habe euch immerhin, ähm, die, die Umgebung von unterhalb, äh, unterhalb von San Francisco gezeigt. Das kann ich auch, äh, das kann auch nicht jeder. Ach, ich laufe mir als, äh, da könnte ja direkt der Lauf-Simulator sein. Ich laufe mir als ich fahre. Jetzt fährt da unten ein Bus. Oh, da fährt ein, ein, ähm, O-Bus. Laufen wir gleich mal schnell hin. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Blick da drauf. Das wäre natürlich richtig schön. Lunge Dame, Entschuldigung, nicht, dass Sie beim Einkaufen erschreckt werden. Erschrocken, erschreckt, keine Ahnung. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Oh, er ist nicht verschwunden. Bleib stehen, du Gefährt. Bleib stehen. Bleib stehen. Was sagst du dazu? Kinder laufen ja hier rum. So. Also, einmal versuche ich jetzt nochmal ein Glück und wenn da nichts kommt, gebe ich den, gebe ich den Geist auf. Äh, da unten fährt ein Nova-Bus, der mich eigentlich gar nicht interessiert, weil den gibt es auch schon im City-Boost-Simulator, der übrigens auch von einem TML-Studios entwickelt wurde und meiner Meinung nach sogar ein kacken besser ist als das hier. Kommt denn. So. Ach! Muss er uns nur noch? Komm. Haha. Tür zu und bin trotzdem drin. So. Den letzten können wir uns leider nicht. Okay. 15 Uhr 21 Uhr haben wir gerade in San Francisco. Jetzt können wir ein bisschen die Stadt genießen. Es ist gerade wunderbar, warum hier so ein komischer Sound ist. Wir befinden uns an einem Robo-Bus. Kann man jetzt die Oberleitung sehen? Ich versuche mal ein... Schnee. Bumm. Der Gelenkbus sieht aber ganz gut aus, finde ich. Mal sehen, ob wir das bei dem vielleicht... Ja, da kann man... Uh, beinahe ist rausgefallen hier. Entschuldigung. Da kann man die Oberleitung sehen. Hier ist unser Busfahrer. Schade, dass man den jetzt nicht so wie beim Omsi einfach ersetzen kann. Das geht leider nicht. Ja, dann fahren wir bis zur nächsten Halterstelle mit und werden uns dann verabschieden. Dann haben wir einen großen Teil von San Francisco... Also, einen großen Teil unterirdisch gesehen in diesem Let's Play. Aber ein kleiner Teil von San Francisco, weil die Stadt ist riesig. Ich kann es euch echt sagen. Und wenn das alles wirklich dann mal beroben wird und auch so ist, wie ich es mir erhoffe, dann bin ich eigentlich glücklich. Und dann denke ich mal, dass wir eine Top-Simulation haben. Aber es muss einfach noch viel geändert werden, wie ich schon erwähnt habe. Einfach, dass man freie Fahrtmodus von Anfang an hat. Dass man... Dass keine Bugs mehr sind, wie dieser Bug jetzt hier, womit ich jetzt... Fahrzeugdefekt bitte aussteigen. Warum ist der defekt der Bus? Der fährt doch. Genau solche Sachen meine ich halt. Das war ein gutes Beispiel jetzt. Und ich hoffe einfach, dass sie das im Griff kriegen. Und dass wir dann hier einfach perfekt Let's Plays machen können. Oh, das wird aber eng hier. Ich werde jetzt noch versuchen, in der nächsten Zeit Missionen zu absolvieren. Und... Also die Kapitel, die im Spiel gibt. Und... Ja. Dann können wir uns eigentlich schon mal ans Eingemachte machen. Und hoffen, dass wir genug Credits verdienen. Und im nächsten Teil dieser Let's Play Serie werden wir natürlich auch ins... Berufsleben des Busfahrers anstellen. In diesem Sinne hält der Bus irgendwie an keiner Haltestelle. Deswegen verabschiede ich mich und... Oh, jetzt macht er die Tür auf. Das ist ja nett. Aber da müsste ich noch rauskommen. Ich verabschiede mich mit meinem Kollegen vorerst aus dem... Buggy San Francisco. Und wünsche euch noch viel Spaß. Und würde mich über... Über eure... Jetzt fährt er mit offenen Türen, oder wie? Ne, doch nicht. Würde mich über eure Kommentare freuen. Und hoffe, dass euch das Spiel, was ihr bis jetzt so gesehen habt, beziehungsweise würde mich über eure Meinung freuen. So. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit einfach rumsteckern sein. Hiermit verabschiede ich mich und wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.